Wir sind jetzt hier wieder mitgegangen und von dir mit dem Thema, was wir eine Zeit lang nicht hier behandelten haben, Volleyball. Während es Peter Kloßen, der hier mit uns passt, und du bist am Kommitei noch Spieler. Ja, am Kommitei ein Spieler-Bad. Das ist dann erst unstrengend. Wir sind ziemlich im Schwung. Dort sind wir noch ein Störtchen. Also ich weiß nicht, wir spielen nicht mehr alles. Und wir sind eine große Jungs, und dann wird es eine große große Jungs. Ja, das stimmt. Ja, das Jahr war ich spätig. Wir sind jetzt noch ein Torneo ziemlich halb durch. Ja, wir sind ein Kliemannsjahr, aber halb durch. Das ist jeder Jungs, das jeder, die Kiepers wurden Störtchen in Jägen. Und wir sind in der vierten Kiepers, die Kiepers wurden, die Kiepers wurden, die Kiepers wurden. Also, das war es, ich habe eine große Kiepers, die Kiepers wurden. Das war ein Mann mit mir. Ja, was hat dich? Du war fünf und du war sieben, was Femenil ist? Ja, du war fünf und du war sieben. Und wir sind die meisten Femenil, was wir haben. Und wir hoffen, dass das nächste Torneo, wo wir noch ein paar Stunden kommen, wir kommen. Und wie spätig wird das, weil wir schon mit der Femenil von Miales Frühjahr reden. Wie spätig wird das eben? Sind die ziemlich ökiggelegt, wenn man sich alle anstrengt, oder hast du einen ziemlich kalt unterscheid, wenn du heute nie sind? Du hast vielleicht ein bisschen ökiggelegt, wenn du sagst, die Böderste halve Kiepers wurden, wo wir noch ein paar rein sind. Und dann vielleicht die letzte Vorher, wo dann sprechen wir mit der Böder und ich mitkommen. Ich habe es heute haftet, dass die Kiepers haben noch viel länger Töp gespielt. Und was ist dann noch nicht mehr Töp. Ja, ich sage, dass wir nicht die Reina-Svot-Töp gewonnen haben. Ja, das glaube ich auch. Und die sind jetzt aber lange in der ersten Städte? Noch nicht? Ja, noch sind in der Vorher Spiele, vielleicht werden sie sich noch wieder holen. Und ja, das heißt, ich habe es in der ersten Städte gespielt. Ich sage, ich sage, eine Gruppe Venom. Also, die haben ein Spiel gespielt von der Femenil. Und nicht, was du habt hier? Nein, ich glaube, die sind auch ein Böder. Also, wie ich gesagt habe, die sind auch ein Böder. Und die wollen bis was wir eigentlich gehen, aber dann können wir passen mehr. Ja, wenn wir von der Städte sagen, ich kann sagen, dass im Jahrhundert die Lönigmann-Böse-Symbol-Einhecht dann langsam übergeben, aber die hole noch gut. Und der Böder, die hat noch mal gut. Und beim Sake, ich weiß nicht, was wir sagen können, aber die hole noch mal gut. Also, ja, das ist ein Böder-Böse-Symbol-Einhecht. Das war noch wieder auf die Böder-Böse-Symbol-Einhecht. Und das ist ein Böder-Böse-Symbol-Einhecht. Ja, wir haben inzwischen bloß mal sein, wo die Städte du Käsar sind. Die erste Städte, die lecken mit Spades. Nein, ich leck sage, du Käsar sind in Spalvernier gespielt, aber ich leckere die Wann. Dann die Guaritas und die Ravens. Reinas, Monarchs und Venom. So, das sind dann die Reihenfolge. Und die Segunda Fuerza, woher spät sich dort? Habe du das Jog, Meier, auserst oder? Das Jog ist ein Vorsteig-Vanjahrs zu Jog. Aber das Vorsteig war eine Segunda Fuerza. Das Jog nicht, das war eine Primera Fuerza. Ja, das ist gut zu sein, dass wir den Brinko-Meiakken und sich mal einfach nehmen und so weiter. Ja, das war die Segunda Fuerza, die persönliche Grün hat jetzt nicht getreten von dieser Temporade. Nämlich wurden sie wahr, das hieß ich mich auch. So, du glaubst, dass die Segunda Fuerza, die sind gut genug, alles zu sagen, dass sie ein Primera Fuerza spielen? Ja, ja. Ja, die Segunda Fuerza, die sind gut genug, aber die haben vielleicht nicht von einem ganzen Fuerza. Fahre ich mich über die Segunda Fuerza. Ich glaube, das ist die Segunda Fuerza über die Nivelle, die du auch für Sie haben. Ja, 12 in Primera Fuerza. Das ist ein Drei. Ja. Woher geht es vor, ich meine, dass du alle einen Kuhn? Ja, gut. Ja, jeder Kuhn, der hat sich gerade kopiert, das ist Johnny Veeb, der merkt den Ruh. Aber wir haben, ja, es ist ein sehr fan. Und du hast auch den Nivellen, das ist eine Herstiegung nach der letzten Fuerza, das ist sehr impressionant. So, das ist das, dass du fernst, fernst, was Volleyball gespielt. Ich weiß nicht, ob du die Kuhn-Paschschlose geholt kannst, kostet uns für uns sein, wer von der 12 Primera Fuerza ist die oder Segunda Fuerza, wir. Weil es, wenn es nicht schwierig wird, dann Sektor bewährten, wenn sie nur den Schraub gemerkt haben. Was, wenn es die Handlung hier geändert hat, ich glaube, Legacy ist ein von Fandai, und wenn ich auch nicht sein, ich glaube, es sind die Hunters auch. Und sie haben alle beiden Spiele gewonnen. Sie haben vier Punkte mit Hunters Hand und Legacy haben auch noch zwei Punkte, also das nicht hat die Lust für Spiele. Ja, und das ist eigentlich von der Oing-Erstellung, weil es das sein, die kommen nicht mehr. Ja, wenn die den Ketten krackt, würde ich spielen. Das ist auch interessant, zu sagen, wir haben viele Gäste gemerkt worden. Und, na, ich glaube, wir würden noch mehr sagen, wie das steht. Air Force ist ein Erste Steden, mit Baron, Thunders, Rampage, Kenosha, Asus, hey, was mit Asus? Das, wie du verspielen lässt, ja. Ja, das wollte ich noch sagen? Ja, das wollte ich noch sagen, das wollte ich noch einstellen, ja. Titans, SWAT, Hunters, Legacy, Steinreich, und Gaiu Firme. Ja. So, das sind dann die Gruppe. Ja, in den letzten Ganzen, wenn ich die Hand vor, ich sehe, nicht so, auf jeden Fall, wenn ich sage, da wird ein Tränen, da wird ein Arbitro sind, oder Piepen, dann, bekommst du gesagt, da habe ich ziemlich, dass ihr mit den Säustigen Menschen geschaffen, dass ihr eine Stabilität habt, dass ihr ziemlich ausgelegt habt? Ja, wir proben, jeder, jeder hat mir so viele Säustigen Menschen geschaffen, das möglich, besonders der Arbitro, das war für hier so, das ist ein Säustigen Fan, und das war hier so ein Stortig, und das war dann auch viele Rüden, Chihuahua-Fahrers, Stabas-Kalientes, verschiedene Torneos, aber das war dann auch so, so ein Nivell, der Professionellismo ist hier, und ich glaube, alle Menschen, die verbunden sind, mit Volleyball-Fahrers, die interessiert sind, und ich probiere, das war das Baster-Mean, wo es war, zu tun. Ja, ich weiß, du haben drei oder sechs Spiele, in einem Tourneum, wo wir dann, wo der neue Attacke ist, dann weiß ich, ob das nun wird, und dann kam ein Irmahl-Fahr, da war ein Arbitrovia, da die Spieler nicht anverstanden, wie es folgt, das hat auch aufgepiept, und ich fühle, was er besprochen, sein Reklamos, das sagt nicht, wahrscheinlich Bärs, die Spieler, die Rehlen-Fahrer-Peter, und der Arbitrovia, das kennt, das kommt mit Bärs, hört sich auf, Piepen, oder so ein Wort erst, wie es sich die Erfahrung hat. Ja, gerade, ich glaube, das von den beiden Seiten würde das Bärs hier warten. So, ja gut. So, das ist, wann er spielt, jetzt, woher, die Spiele nicht alle Sinn hat. Ich alle Sinn hat, ja, wiederum sind uns so, Sinn und Nummer, fängt es durch Klockfeier an, und dann die letzte Spiele, ist es dann, so wie im Hof, Tieren da ist, und ich glaube, wo der nächste Weg ging spielen, und ich glaube, so wie im Klockafraum. Wann die Spiele, aus Eisas? Ja. Aber die, mit der Feminiere, fängt die Klockfeier an, und dann ist es da dran, dass ich auch, auf Tieren, mit den verschiedenen Spielen, die verschiedenen Neu-Wildes. Sinn und, dass ich da hinfuhr, dann wieder beim Haar können, ich wäre auch noch jaltfröch. Tja, dann werde ich dann früher, denn noch, ich weiß nicht mal, wer fehlt, aber noch in Trader. Du solltest ja nicht darüber reden, über das Charakter, falle ich Sinn und nicht? Über das Charakter, falle ich Sinn und nicht. Ich sage kein. Ja, ja, ja. So, whatever blivst, das geht eben von der Zwang nicht von Juni Volleyball, das ist ja nicht nicht betont? Nein, wir haben nicht betont. Wir haben das Klima gehalten für das nächste Jahr, weil es fehlt in Nadekäupen oder Bolz oder verschiedene Dinge. Und dann haben wir jetzt meistens in der Darnation, hier in der Campus oder in der Stadt. Das sind wiedergekommt, das sind wir später. Ich habe gestohlen, dass wir vielleicht ein oder zwei Mal das Gericht spielen können, als wir geplant haben, wie es erst am Angegangen ist. Das kann ja passieren, aber wenn das nicht geplant ist, wenn er ja bei der Finale, das hätte bei den Playoffs sein können. Es wird nur dahinter vorgelegt, vielleicht am Anfang dieses Monats sein oder ganz Anfang November. Wenn wir Tuno sein, wird die Jünger geworden sein. So, übergang November wahrscheinlich nicht. Anfang November, ja vielleicht März November, höchst du. Das würde dann sein am Dreiweg. Am Dreiweg von Eifer. Und dann ist das Dich. Dann wollen wir noch heute spielen, wie die Feminils sind. Wie war es denn, da haben wir drei Spiele gespielt. Ja. Dann wollen wir sich noch Geld mal anstrengen machen. Ja, das ist das. Okay. Gut, noch etwas zu sagen, was du musst mir erteilen für den Volleyballfreund? Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Peter Kloss. Ja, danke.